Kokonel Patti wie lang braucht es eigentlich um den zu fällen? Was? Ein Riesenbaum weil ich habe jetzt ein Stück abgebaut und der baut aber nicht ab Ich krieg da nur einzelne Stücke raus Hä? Geht das mit einer Quarz-Axt etwa nicht oder was? Da müssen die der Axt funktionieren Geht aber anscheinend nicht Dann leckt es wahrscheinlich Ich krieg da aber die Stücke raus und ich kann die auch aufsammeln Null Soll ich mir 3 Jetzt habe ich mir 3 Quarz-Axt etwa gecraftet, das geht es nicht Es liegt mal dabei, wenn du es abbaust Das ist niegen eigentlich nicht verhindern Mach einfach mal Na warte Oh, das habe ich außer sehen Nö, geht auch nicht Lolz Was denn? Die Öfen da unten hat es auch schon voll, oder? Das lacht sie jetzt schon wieder Alles ist voll Ich bin richtig jung, zunehmt Wo die Stücke Kehr Jovi wovi Ob ich nicht mehr zu fressen Nein, nein das ist ein unterschied zwischen elektrik für nicht in den gasten für nicht in dankzellen Prozent den kommenden Prozent Oberkappen Oberkappen grüßt abgaben aus in die Augen glückte teuer und schaue was denn auch nicht es gibt auch einen Poppenlern portfüllen ist ein blutlekt rick anläuft für nächste sie sind das alte da hat man sich umgebracht kühlen neu kühlen advanced warfare was braucht man da dafür und und die was ist denn ich will als er sich dafür das Geräusch als die Läden und da haben sie Ich doch gut jetzt. Ich doch gut. Wir haben kein Eisen mehr, oder? Äh, doch, zwölf Stück. Mehr brauche ich nicht, weil zwölf Stück reichen never ever. Never ever. Äh. Äh. Och, Wolfi, ich tebärisch gut. Ich weiß, du bist ja gut. Eine Frage, wie soll ich denn an die Steam-Engine, äh, da unten hinkommen? Leck mich! Ne, du musst doch irgendwo liegen! Ja, ich hab ihn! Hallo, okay, tut er doch! 3 und das Wort erlaubt die Kraft der Lübens okay nicht besorgt und warum nicht einmal die Kohle drin was ist es ist wie wir hatten Kohl 4K EU 11 100 EU-T wir sind jetzt das vorliegen das neue die Quelle ist Charcoal und normale Kohl haben gleich viel Energie alles klar jetzt eigentlich holzkohle ist André Steinkohle wahrscheinlich nicht eigentlich sollten die unterschiedlich viel Energie haben Holzkohle ist eigentlich eigentlich weniger Energie Nein echt nicht? Eeeh, ich bin mal gleich wieder da ja 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 was tut er denn? hm? Gottes Willen was macht er denn? Weiß ich nicht mit seinem Hund spielen Hb hh hh Hb Slack Sand und Bronze Tust Heiko du bist doch so ein Genie wie krieg ich denn Bronze Branche? Du musst du immer etwas mischen irgendwie Tin und nochmal irgendwas Ja, Tinn und Kupfer, ich seh's grad. In einem 3 zu 1 Verhältnis. Und? Kann die mal arbeiten, bitte? Geht die Steam Engine von alleine, oder? Die Steam Engine? Ah, da muss normalerweise auch noch einen Schalter hin, um die zu aktivieren. Nö. Nicht, dann geht sie von alleine. Aber es muss was dran, einen Abnehmer, also was hinholen. Ja klar, einen Pulverreißer. Okay. Geht die Maschinen dann erst an, wenn der Pulverreißer leer ist, oder was? Nö, die geht an, also wenn der voll ist, wenn der fertig ist, dann geht der Motor aus. Wenn der dadurch aktiviert wird, ich weiß nicht mehr genau. Alter Freddy, was macht denn der? Alter! WTF? Äh, ich bin wieder da. Was ist? Die ganze Zeit kommen irgendwelche Geräusche. Ach, ich bin wieder da. Ja klar. Patty, warum funktioniert das nicht? Mein Pulverreißer ist klar leer. Oh Gott, ich komm. Ja bitte. Ich bin in der Hölle. Es ist mit dem Schneevideo. Ja. Ich weiß. Da bin ich jetzt selber schuld. Ich hab mein Jetpick dabei. Ich hab mein Jetpick dabei. Was ist denn auch gebaut? Ich bin die Höhle entlang gegangen. Das ist über ein Netherrack. Kann nicht sein. Heavenspeeds Fast, warum geh ich denn nicht? Heiko, ich will nicht. Heiko, mach mal. Geh mal von selber, mach mal. Nee, gar nicht. Hä? Wieso ist die überhitzt? Wenn die raucht, kann das sein, dass sie dann überhitzt ist?